Ich freue mich, dass die Sammlung Prinzhorn nach mehr als 20 Jahren wieder so präsent ist hier in Wien 2019. 1997, 1998 gab es ja die große Ausstellung Kunst und Wahn, in der die Sammlung auch mit einem größeren Konvolut vertreten war. Die Sammlung ist von Hans Prinzhorn, einem Kunsthistoriker und Mediziner, wesentlich aufgebaut worden in den Jahren 1919 bis 1921, hat eine wechselvolle Geschichte, von den Nazis missbraucht, 1963 hat Seemann wiederentdeckt, gibt seit 2001 ein Museum. Darin zeigen wir wechselnde Ausstellungen, vor allem thematische Ausstellungen. Es geht uns um den Kontext, es geht uns um die Biografien der Künstler, aber auch um den Zusammenhang mit Psychiatrie und Geschichte der Psychiatrie. Wir machen selten Überblicksausstellungen und insofern freuen wir uns, wenn Kuratoren ab und an mal die Idee haben, eine Ausstellung der Sammlung zu machen. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass wir etwa ein Drittel der Werke haben, die noch niemals, auch nicht zu Zeiten Prinzhorns, gezeigt wurden. Ein weiteres Drittel wurde zwei-, dreimal gezeigt und das in 100 Jahren und nur das dritte Drittel sind bekanntere Arbeiten der zehn Meister, wie Prinzhorn sie bezeichnet hat. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was dabei zustande kommt, welche Gewichte gesetzt werden, welche Auswahl getroffen wird und wie in diesem Fall gibt es auch mal wieder neue Entdeckungen für uns, die Kuratoren von außerhalb machen. Und ich konnte hier eine Künstlerin und einen Künstler herauskristallisieren, die wirklich ganz Besonderes geleistet haben. Das eine war die Else Blankenhorn und sie war auf der einen Seite mit Malerei bekannt, hat vorher schon gemalt. Wir haben einige Beispiele davon. Der adäquate Mann ist August Klett und wir haben von ihm sehr viele Werke, die noch niemals gezeigt wurden, die aber ganz große künstlerische Qualität bedeuten. Insgesamt haben wir 115 Werke in dieser Ausstellung. Davon sind 20 Werke von Frauen. Die Sammlung Prinzhorn ist eigentlich der Beginn der ästhetischen Wertschätzung von Werken aus der Psychiatrie. Prinzhorn ist zwar nicht der erste Autor, der sich so stark auch für die Ästhetik der Werke eingesetzt hat, aber sein Buch ist ungeheuer wichtig geworden, weil es umfangreich und stark illustriert war. Und das hat die Künstlerschaft der damaligen Zeit, die Avantgarde, ganz wesentlich beeinflusst. Die ganzen französischen Surrealisten zum Beispiel waren begeistert und haben es ihre Bibel genannt. Und Prinzhorn behauptet als erster, es gebe keine festlegbaren Charakteristika, Merkmale schizophrener Weltnerei sozusagen, sondern sagt, die Werke sind alle individuell und man muss sie als solche wertschätzen. Man hat das ja nicht als bildende Kunst gesehen, sondern als Symptom einer Krankheit. Und selbst von denselben Männer und Frauen, von denen Prinzhorn Werke aufbewahrt hat, sind nach seiner Sammlaktion keine Werke mehr bewahrt worden, sondern auch vernichtet worden. Gewöhnlich haben ja die Ärzte keine ästhetische Wertschätzung für oder überhaupt eine Wertschätzung für diese Werke gehabt und haben sie vernichtet. Der große Unterschied zur Gegenwart in dieser Sammlung ist, dass diese Werke spontan entstanden sind. Die Arbeiten, die in der Prinzhorn-Sammlung zusammengekommen sind, waren eben von Menschen, die auf bilderischem Sektor sich betätigt haben. Das war die Aussendung von Prinzhorn an die Kliniken in Deutschland, Schweiz, Österreich, Holland und Italien.